Dior, Dan, AK, Alias auch in der Jury sitzen. Das ist der Einzige, den ich da auf jeden Fall respektieren werde. Da lass dich überraschen, lass dich überraschen, lass dich überraschen. Jetzt mal ganz ehrlich, Alias würde ja zu Banga Musik passen. Ich würde sagen, ja. Ey, bestimmt passt er da rein. Alias ist ein super Rapper, lyrisch einer der Besten, musikalisch auch einer der Besten, der Junge ist cool. Der hat einen Humor. Klar, prinzipiell, warum nicht? Er ist ein guter Künstler.